Freunde, willkommen zurück zu Pacific Drive Eben mal fix gucken, ob hier alles richtig läuft Aufnahme läuft, Stream läuft Super Alles läuft ordnungsgemäß, das ist schon mal schön So Ich wollte Okay Ähm, was wollte ich machen? Ach, ich war schon so weit fertig, dass ich eigentlich direkt in die nächste Geschichte hätte starten können So Was brauchte ich für einen großen Benzinkanister? Oh Handstaubsauger Okay Ich hol mir noch eben einen Impulshammer Okay Vielleicht doch nicht Vielleicht eben Okay So Das kann kaputt gehen Und ein Handstaubsauger Stahlblech Okay Das könnte ich dann irgendwann eigentlich mal bauen Okay Okay Den Hammer kann ich erstmal hier reinlagern Genauso wie den Handstops Ne Den kann ich erstmal da lassen Oh Oh Super Oh Super Oh Oh Ich Ich Noch nur ein Punktverhältnis Das ist Das ist Das ist Okay Wie ist das hier oben Fahrzeugdichte hoch Okay Niedrig Also Gelb ist eher problematisch Ich glaube ich fahre erstmal hier hin Funkenflug Funkenflug Negativ Stabile Anker Nicht erkannt Plasma Genau Autofall verlassenes Auto Okay Und würde ich da jetzt eben hin kurven Auf geht's ins nächste Abenteuer Wir wollen jetzt hier zu KNP E4 Nebenstraße Werd ich sehr schlau draus aber es gibt hier wohl Plasma Generatoren Autofrugs und verlassene Autos Also Here we go Okay Funkenfluglogbuch Okay Das sieht echt nice aus Ja Ja Also Werden wir jetzt hier nach und nach anfangen Und jetzt schon mal vielleicht das Erste Auto durchsuchen Au Hier ist Strahlung Das ist nicht gut Schnell wieder einsteigen und weiterfahren Ich könnte natürlich das Auto noch verschrotten aber Das machen wir vielleicht später mal Das machen wir vielleicht später mal Oh You know what my favorite remnant was The record player You remember Francis You play records normally But then But then Every now and then you hear weird voices Like that one time it was my fifth grade lunch lady Oh This again Okay Okay Interessant 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 also wir sind jetzt hier bei dem Ersten Haus Und wir haben hier total das Strahlungslevel Oder Tobias mentioned Die remnant sind Bind themselves To people Like the cars done with you And how that led to obsession These obsessions always started innocently A sudden interest in model train sets Or collecting old road signs The objects themselves would exhibit anomalous properties But what didn't in the zone, right? That in itself wasn't cause for alarm But these fixations would only grow worse Until its victims could think of nothing else but the remnant And they always ended with spiraling into madness And disappearing in a mad chase after something Sorry driver, it doesn't sound fun But better to know what you're up against Could the remnant's victims still be out there somewhere? I mean, we never heard from them again But it doesn't mean they all died, right? If the madness didn't kill them, then the zone did Anyway, it's been 20 years since the last remnant sighting We thought they were long gone Until you found the car Okay So lange gibt es schon keine Relikte mehr Oh mein Gott Okay Damit habe ich jetzt schon mal das erste Plasma Und ich kann mal wieder ein paar Sachen in den Kram hier reinschmeißen Aber das hier ist Ja Eine Straßenblockade Okay, irgendwie gab es doch eben gerade noch ein Lockduch Lockduch Okay, Arcteepo Da kenne ich ja Reisevorbereitung ins Okay Tourplan Die verteilte Schnellzugriffsleiste Sperrgebiet Okay, ich klicke das jetzt einfach mal alles durch Steinschlag Steinschlag Tourist Funkenflug Ah, die sind überall auf Laden und noch gefährlich Okay, das erklärt es Krass Okay Dann kicken wir mal Dass wir die nach und nach alle abarbeiten Oh So, ich will die jetzt mal hier eben alle abschließen Werkzeuge Oh Okay Okay Ersatzklinikbührenset Hilfsmittel Werkmatte Okay Und verfeinern Werkbank Transportgefurz Ah, okay Ah, okay Hilfreicher Müllcontainer Ein Packhilfe Ein Packhilfe Okay Aufkleber Radiolegende Teil 3 I wonder if you're already feeling the remnants effects, driver Have you been fixating on the car, maybe? If only we knew where remnants came from Then we'd have a place to start on how to help you This is no typical anomaly Right Yeah, yeah, yeah The anomalies we know They're creepy, crawly and weird Like visible manifestations The remnants were the only ones that wormed its way into your brain There's something Much, much more Okay, krass Aber hier will ich einmal rein So Klamotten Gefahrengutschrank Ist hier noch etwas Oh Ada-Container Okay Und noch eine Kiste Ist ja Wird ja immer besser Okay Dann haben wir das auch Gebunkert Das kann ins Auto Machen wir das erstmal so So Hoppala So Fahren wir hier einmal im Kreis Dann hier hin Dann hier hin Hier hin Zurück Und dann hier hin Dann da Jo, das hört sich eigentlich gut an Dankeschön Dadahoo Oh Da ist noch Müllcontainer Den will ich mitnehmen Und ab geht's Okay Das sorgt zum Glück nicht für irgendeinen Unfall Das ist schon mal sehr gut Okay Ah, da ist eine Straße Okay Stahlplatte Stahltür Okay Oh Gott Ist das ein Was ist das hier Ach, das ist ein ganz normaler Turm Okay Kann man da rein Okay Gehen wir erstmal hier rein It's all Ada's fault Okay Oh So Dann sollten wir auch mal gucken Was wir noch so gebrauchen könnten Alles Labor Rucksack Und dann noch den hier, ne Okay 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 So Primitive Platten Vielleicht kann ich ja einfach Mit dem Schneider hier Die Metallsachen Also die Stahlplatten Mitnehmen Und Vielleicht verarbeiten Was sehr nice wäre Aber irgendwie kriege ich hier Glasschirm und Metallschrott Aber kein Ich will jetzt mal gucken Stahltür funktioniert nicht Aber primitive Ne Habe ich alles noch Dann So Was fehlt mir hier Kupferdraht Glasflaschen Und Stahlblech Okay Und kaputt gegangen Zwei Stahlplatten Wie sieht es hier aus Guck mal Gummi habe ich genügend Vielleicht kann ich mir dann Motorstufe 2 Vielleicht am Ende des Tages Hier bauen So So Das 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 Dann holen wir uns Das Okay Super Es ist also nicht ganz so Gefährlich Wie ich dachte Aber So Schnell 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 weg Passiert da was Ne Okay Hier ist wieder eine Ein Turm Und Eine Station Ich glaube Ich parke hier mal Kann ich das auch irgendwie Okay Dann schmeißen wir das einfach hier rüber Okay Ah, das verursacht ein wenig Stress. Funktur. Kann ich hiermit was machen? Okay, ne. Hab ich schon, dann gehen wir mal da rein. Und gucken mal was wir hier finden. Oh, gibt reichlich, äh, Erfahrungen. So. Alter Schwede, ist das schon... ...hab ich schon wieder viele Ressourcen. Ja. Wo wir grad davon gesprochen haben. Entladen wir mal. Okay. Eben was essen. So. Dann holen wir eben noch den Rest hier raus und... ...gucken da mal... Oh Gott, ist das dunkel. So. Das hier finde ich interessant. Das leuchtet irgendwie komisch. Versiegelt schwer. Der. Okay. Impuls nochmal. Ich würde erstmal den Strom anlassen... ...und dann gucken wir danach nochmal. Okay. Umwandler. Was ist das denn? Umwandler. Aber ich finde es... ...für den neuen... ...denn... 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 ...dö... ...dö... Brechei ist ein Bleiplättchen. Okay. Das will ich mal testen. Okay, wieso? Hm. Dann teste ich gleich mal neun. Aber wir holen eben... Mal gucken, ob es dann nicht mehr funktioniert. Bringen wir unser Kram eben weg. Aber er leuchtet immer noch, also sollte es eigentlich funktionieren. Mal gucken. So. Frecheisen erstellen. Und nochmal gucken laufen. Oh Gott, ist das dunkel. So. Also ich hab ein... Oh. Bleibbleibchen. Okay. Dann muss ich mir jetzt noch ein neues Brecheisen machen. Das war mal ein interessanter Test. So. Und Brecheisen. Ah. Ne, Tür ist noch offen. Verdammt. Wow. Okay. Wieso breitet sich das jetzt aus? Ah, seismisches Gewitter. Was ist das denn jetzt? Manchmal scheint sich selbst der Brunnen mit deinen Füßen umbringen zu wollen. Irgendwas unter der Hasse ich für eine Wende. Oh. 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 Okay, krass. Hilfe. Okay. Was zur Hölle ist das? Eine Anomalie. Oh. Hätte ich da mit dem Auto durchfahren müssen? 吉 their lucky. Ich glaub wir sollten warten, bis das Zeissmische Gewitter weg ist. So, dann sollten wir gleich mal gucken, was wir an... Äh, wie heißt das gleich noch, können wir irgendwas bauen? Okay, Stahltür, Verbrennermotor, Glasflaschen fehlen mir um Eis. Okay, die Sachen habe ich. Will ich jetzt hier hin? Okay. Das war ne coole Begebenheit aktuell. Okay. 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 Woah. Okay. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe. Okay, vielleicht sollte ich gleich mal tanken. Aber... Vielleicht kriege ich ja hier noch ein bisschen Stahl raus. Also Stahlbleche. Das wäre an sich ja irgendwie nice. Das da hinten sieht cool aus. Glas-Scherben, habe ich auch Glas... Gaskartuschen. Plastik. Chemikalien. Gasflaschen. Was brauche ich hier für den Motor? Vergasermotor? Gasflaschen, nicht Glas. Ist okay. Oh, was ist das denn? Portal zu nahe. Aber ich will ja noch hier hin und das holen. Also... Verknüpfe ich erstmal kein Portal, oder? Oder hätte ich diese Lim-Sachen erstmal posieren müssen? Kommt das näher? Oh ja, das kommt näher. Obwohl ist das... eine Sturmwarnung? Oder ist das einfach... Hilfe! Okay, ich nehme stark an... dass ich hätte... erst erkunden, dann die Lim-Kugeln und dann raus. Okay. Fürs nächste Mal. Hilfe! Aber es sieht nice aus. Kann man echt nicht... Oh Gott. Nicht... Nicht meckern. So. Und damit haben wir eine kleine Quest abgeschlossen. Aber mein... Was sieht das? Wasest du gelernt? Hast du eine Lesung oder zwei? Ahja... Möge Lüte. Es gibt noch noch eine Hoffnung. heilen und mal eben tanken ok vielleicht kann ich dann jetzt einfach mal upgrade stufe 2 von den dinge ins kirchen holen vom motor und das hier machen wir auch noch eben dankeschön 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 ach ich hab leiterplatten will ich nicht ok das will ich stahlplatten ok damit haben wir jetzt stahlplatten ok ich habe 0,5 ok bleiplättchen blitz seiner fels ok da bin ich durchgefahren abschleppwagen ok ich brauche noch eine gasflasche warten mist ok also wie viele stahlplatten brauche ich denn 1 2 3 4 4 ok ok verlassiert repariiert das auto ok ok damit haben wir jetzt ja schon mal ein bisschen neue sachen ne ja nice damit haben wir alles auf stahl umgebaut sobald wir die letzten hier anbauen außer die Heckschütze außer die Heckschütze schütze so so oh ok ok und hier nochmal reinladen ich brauche einen Verschrotter Absauger habe ich noch im Auto heisten nicht und hier es geht nicht die 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 Okay, das habe ich. Was war das? Dichte an Benzin niedrig, aber Fahrzeugdichte ist hoch. Oh Gott. Das ist so. Okay, ich glaube, ich will Lampen und Stahl. Okay. 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 So. Dann wollen wir mal hier hin. Oh. Max Häuser. Niedriges Fahrzeug oder hohes Fahrzeugaufkommen. Niedrig Benzin. Aber ich kann ja mal eben den Staubsauger anschmeißen. So. Dann schmeißen wir das hier rein. Nice. So, ich würde eine ganz kurze Pause machen und dann starten wir einmal in das nächste Abenteuer. Also. Bis gleich. Tschüss. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dazu passt auch Deine Zähne sind wie Sterne Gelb leuchtend und weit auseinander Deine Zähne Eben fix das hier holen Und dann holen wir den hier noch eben So Und dann müssen wir gucken Ob Dieses Feld da näher kommt Oder nicht Da bin ich gespannt Kriegen wir das hin? Einen schönen Sprung oder wird er absolut lächerlich? Oh mein Gott, das funktioniert doch hinten und vorne nicht. Hui. Ups. Okay. Dann. Okay. So, hier soll eigentlich ein Haus sein. Da ist das Haus. Oh. Okay. Dann holen wir uns hier erstmal die Sachen. Okay. 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 Okay, dann können wir da jetzt durch, denke ich mal. Oh oh. Gott, oh Gott, oh Gott. Also, Autofahren kann ich, sehr gut sogar. Oh Gott. So, und jetzt fahren wir das erste Mal in eine neue Zone rein, das habe ich auch noch nicht gemacht. Okay, so. Ich musste keinen Fahrer machen, hä? Ähm. Ja, wir haben, oh Gott. Wie viel es hier gibt. Nice. Züge. Ähm, wir haben gestern richtig nice gegessen und, ähm, ja, dann haben wir eigentlich, ähm, ich und mein Team zumindestens, äh, wir waren mit ein paar mehr Leuten unterwegs, ähm, wir sind dann später bei mir in die, äh, ins Zimmer rein und haben... Und, ähm, wir sind dann bei mir aufs Zimmer und, ähm, haben noch total lange gequatscht und ein bisschen was nebenbei getrunken. Das war richtig nice, war mal was anderes und, ähm, wir sind mal rausgekommen und nicht immer nur aufm, äh, auf der Arbeit. Ja, also, das war... Ja, also, das war... Cool. Ja, also, das war's. Ich weiß nicht, Francis, aber Ophi hat einen Punkt. Any remnant Energie lingering in der Fahrt ist zu weit zu detecten, mit conventionalen Methoden. Really? Ihr werdet ihr die Seite? Das ist nicht über die Seite. Das ist ein guter Plan. Ich werde jemandem leben, so wir einen anderen Remnant Sighting haben können. Die Fahrer kann seine eigene Entscheidung machen. Ich werde sie nicht machen. Ich werde sie nicht machen. Auf die Kontrolle, ich will, sie können sich auf die Stabilität und warten, bis sie die Stabilität zu nehmen. Das würde sie aus meiner Haut viel schneller als all diese Schöneinigen. Wow. Oh, da kommen wir eben hin. Oh, da kommen wir hin. Also ein bisschen a la Horrorgame ist es hier ja schon, ne? Okay. Okay, dann würde ich mal sagen, tanken wir eben. Wird ihr schon schlecht? Ah, ich sollte den hier mitnehmen. So. Oh, ne Werkbank. Okay. Gibt es hier noch irgendwas? Oh ja, hier, den hier. Nein. In echt fahre ich nicht so schlecht Auto. Aber ja, sollte ich glaube ich in diesem Spiel definitiv. So. 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 Das sieht echt absurd aus. Was zur Hölle war das? Warum werde ich mit Stoffresten abgeworfen? Aber das ist doch gerade eben passiert, oder? Okay. Okay. So. 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 ió. Oh, der bewegt sich immer noch. Oh, ist das abgefuckt. Also, fahren wir mal in die... Oh Gott. In die Anomalie rein. Oh Gott, oh Gott. Schnell weg hier. Alter, wie viele hier sind. Am liebsten würde ich ja dieses Militärfahrzeug da vorne. Wie strahlenbelastet ist das denn hier draußen? Das war viel. Gepanzerte Tür. Gepanzerte Tür. Gepanzerte Tür. Riech. Gepanzerte Tür. Gepanzerte Tür. Riech. Da passiert nix. Okay. Haa. Das ist echt... Uff. So. So. Wo muss ich hin? Muss ich da unten durchfahren? Oh, die Strahlung ist echt gefährlich für uns. Okay, ich glaube wir sollten mal reparieren. Okay. also ein bisschen ist das echt so so Untertitelung des ZDF, 2020 Ok Und wenn du nicht? Ich habe einige Kalkulationen gemacht, ich denke, es sollte gut sein. Es ist wie sie immer sagen, was ist ein Experiment, ohne ein Risiko der totalen Annihilation? Wer sagt das genau? In keinem Form oder Form sollte wir das machen. Aber, du weißt, wenn es der einzige Weg ist, dann hast du das Kind für ihn. Hilfe Alter, da werde ich mit Türen erschreckt. Okay, ah, wir sollten das mal scannen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Nutrition benutzen. Das hat, glaube ich, mal ein bisschen was geholfen. Also ein bisschen Horror-Game ist das ja schon, ne? Das hat, glaube ich, mal ein bisschen was geholfen. Lenke eine Anomalie mit einer... Bitte was? Wie habe ich das denn jetzt hingekriegt? Okay, dann laden wir mal ein. So, wie sieht denn der Vergasermotor aus? Okay, das kann ich aktuell noch nicht. So, was haben wir denn hier? Okay, das machen wir später. So, Schrank. Oh. Und was will der? Zahnrad gegen Klebeband. Ne, das machen wir mal lieber nicht. Oh, oh. Plasma-Verschrotter. Okay, Kontrollposten. Und da können wir dann durchballern. Oh, mein Gott. Also, das ist dann unsere nächste Mission. Einmal durch die Kacke da durchspringen. Prost. Prost. Wieso stehen die jetzt hier auf der Straße? Okay. Okay. Oh Gott. Ja, und da macht man noch nicht mal irgendwas Böses. So, ich wollte einmal gucken, das Überbrückungstool. Okay. Okay. Und damit haben wir das. Oha. Ich will noch ein paar Teile finden. Und vielleicht für einige Sachen extra, bevor ich da durchspringe. Oh. 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 Oh Gott. Oh Gott. Also hier ist echt viel. Ich glaube, wenn ich jetzt nach Hause zurückkehre in die Heimatbasis. dann sollte ich eigentlich die Möglichkeit haben, die nächsten Verbrenner zu bauen. Oh. Liu drinken. Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann. Oh. Oh Mann. Oh Mann. So. Was wollte ich noch? Und dann pumpen wir hier noch ein bisschen Benzin ab. Okay. Ja, dann werden wir das jetzt auch machen. Ich klau noch eben dit da vorne und dann... Ja, so. Okay. Mal gucken, ob hier noch was passiert. Aber ich glaube, wir springen gleich... Oh Gott. Wir springen gleich einfach mal von der Brücke, oder? So. Und dann geht es hier lang. Ich will jetzt mal von der Brücke springen. Okay. Also. Oh mein Gott. Oh Gott. Hier durchs Loch durch. Den Baum umfahren. Die versuchen wir nicht anzufahren. Die sind ein wenig exklusiv, nicht explosiv. Ich wollte noch mal eben gucken. Nicht, dass hier... Bei dieser wichtigen Szene der PC nicht mitmacht. So. Dit an, dit an. Dit an, dit an. So. Dann hier we go. Wir wollen jetzt... Hier überall drüber... Oh Gott. Also. Wir wollen... Wir wollen... In das Relikt reinspringen und teleportieren und... Sprung ins Ungewisse als Achievement bekommen. Und dann schn'tien wir mal. Und dann... Warte nicht. Und dann... Das war so. Das war so. Machen Sie. Das war. Und dann kannst du. Und dann machst du da mal vielleicht. Die Daten sind von deinem Fahrzeug. Und mein Plan funktioniert. Kappy amplifiert das Auto-Signal, und es matcht. Es sieht, wie Tobias und Francis haben ihre Remnant gefunden. Unfortunately, was sie sagen ist wahr. Die Remnants drive ihre Victims mad. Vielleicht wird der Auto-Signal so lange nicht mehr geben. Sorry, ich habe keine bessere Worte für dich. Ich bin noch bereit, um dich aus hier zu kommen. Je schneller du gehst, desto länger du musst, um den Rest deiner Sanität zu genießen. Ja, und mit... Ey. Warum gehst du nicht zurück und schau dir noch etwas mehr. Du kannst mit Tobias und Francis beendet, wenn du da bist. Hast du mit meiner Fabrikationstation, um diesen Schunker zu schützen? Du solltest, aber ich bin noch in der Lage, es zu ermöglichen. Und da ist der Test-Track hinter dem Garage. Wenn du nichts für eine Spin. So, damit haben wir es geschafft und fangen jetzt an, die Karre zu reparieren. Wir sind wieder zurück in der Werkstatt nach dem Sprung und... Ja, wir werden ein bisschen mal hier Reparaturen machen. Und vielleicht auch einige Upgrades. So, wir sollen das hier nehmen. So, und hier. Turbolight-Modus. Nee, ich wollte zum Eigentlich. Okay. Sommerreifen, die können wir super gebrauchen. Vier Zahnräder. Komm, das mache ich eben da. Okay. So. Das Materialzerleger. Energie-Postkommun ist schon so ethisch und mit der Autoteile in Sekunden schon. Ach, das... Okay. Okay. Ah, okay, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Tür habe und die da reinschmeiße, kriege ich die Materialien wieder. Was ist das? Okay. Was ist denn die Macken-Maschine? Ah, okay, aber... Äh... Ja, okay, aber... Okay, das verstehe ich nicht. Oder hast du das verstanden? Ey. Welches Problem liegt vor? Okay. Inkorrekte Diagnose. Falsch geraten. Okay, vielleicht ist das hier... Weil wenn die vorne links wird geschlossen, alle Türen schließen sich automatisch. Einkorrekt. Wird geschlossen. Wird geschlossen. Okay. Also wird geschlossen ist richtig. Okay, kann ich jetzt noch... Kannst du dich noch mal raten? Okay. 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 So haben wir den Vergasermotor getauscht. Oha Kann ich irgendein Moment ich will mal eben gucken ob ich Steuerung weil Schade es gibt keine pick up all So okay ich habe keine Teile rumfliegen aber habe ich nicht ich habe Sommerreifen gemacht Guck mal ich habe zwei Ersatzräder und der hat mehr Okay Okay wie viel haben wir hier denn noch drei Okay haben wir hier noch Lampen seitliche was das Scheinwerfer oder wollen wir hier Stahlplatten Bedingung nicht erfüllt Offroad Reifen Das machen wir einfach mal Wo kann ich Offroad Reifen Okay Nice So was so ist oft zumindest aus dem Schwerer Was ist dir verdient Verbesserte Antenne Auf dem Schwerer Auf dem Schwerer Auf dem Schwerer Auf dem Schwerer Wasser Okay Tastmal Ladegerät Blitzableiter Okay Ist das den Puls-Emitter. Okay. Ich will mal gucken. Materieregenerator. Okay. Okay. Okay, was macht das? Also, dank raffiniert Limpt und eine fortschreitige Spektrum Moment. Kostikern kannst du dieses Schlitzrober ausbringen. Autoteile reparieren. Okay. Dann noch das hier. Das will ich auch. Okay. Kann ich damit das gesamte Auto markieren? Okay. Uh. Oh. Cool. Okay. 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 Let's go. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, cool Aber kann ich hier auch lackieren? Nee, das ist nur für schöneren, ne? Ja 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Lauerlack... Okay. Wieviel habe ich noch? Ein. Gibt es wie zu korrekt ein neuer Schocker? Aus dem Wagen unter Aufwendung von Ankerenergie. Okay, und das? Okay. Frequenz, ein Extrasionsgerät. Okay. 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 Ah, 0,3. Okay. Okay, Reparatur Set. Okay. 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 Was fehlt mir denn hier für ein Reparatur-Kit? Metallschrott, das kriegen wir ja schnell hin. Gucke mal. Au. Krass. So und dann bauen wir nochmal Reparatur-Kit. Oder zwei. Bis zum nächsten Mal. Alles einfach reparieren hier. Okay, das sollte eigentlich reichen. So, wohin wollen wir denn? Okay, wir sollten erstmal irgendwo anders hin. Fahren wir hier hin. Okay. Dann lief... Liefern wir noch eben... Das. Und dann... Abfahren. Okay. Aufi, maufi. Saufi da draufi. Ab nach... Holala. Okay, hier oben haben wir das irgendwie voll verseucht. So. So. Also, ich glaube ja, das hier ist die Grenze, wie viel Limen wir mitnehmen können. Und sobald wir den roten Strich überschritten haben, können wir nicht mehr einsammeln. Das heißt, den Limen sollten wir ganz zum Schluss holen. Dann holen wir uns jetzt hier erstmal ein paar Ressourcen. Bei den einzelnen Häusern. Hier sollte jetzt eins sein. Oder ist das da vorne? Ja. Okay. Dann gehen wir mal gucken. Hallo. 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 Ich habe mich gerade gesehen. Oh, aber du sah es auch, nicht du? Sag mir, du sah es auch. Sah was? Was meinst du, was? Hallucinations! Like die von 1961. Es ist wieder passiert. Just ein kurzer Blip. Like Blink in your... Wait. Du hast es gesehen? Ich war in einem totalen Blackout. Colossal Cappy fried meine Systeme. Genau. Weil die Fahrer zuerst in den Cappy nicht funktioniert wie du sagst. Big surprise. Spare mir, Francis. Die Fahrer ist alive und deine Remennts verified. Ist das alles, was du willst? Jetzt. Warum sind wir zwei yappen über die Mass-Hallucination? Als Cappy amplifiert die Remennts signal, hat er eine andere Hallucination-Event. Aber es dauert nur drei Sekunden diese Zeit. Und nicht nur das. Wir haben uns herausgefunden, dass ihre Source war im Nordwesten von uns. Specifically... Ja, irgendwo in der Deep Zone. Das ist unmöglich. Es hat 40 Jahre. Okay. 40 Jahre kein Signal. Oder Massen-Hallucination. So, wir brauchen ein bisschen... Sachen. Und das ist nicht alles. Oh, this hallucination wave that triggered. We picked up its waveform. And it turns out it's equal and opposite to the remnant's waveform. They're paired signals. It means they're related. And what's more, if we bring that car to whatever this mass hallucination source is, we have a chance of nullifying the remnant and breaking its bond with the driver. A simple destructive interference. This is insane. After all this time, we find a remnant. A lead on the mass hallucinations of 61, and a possible way to free the driver? Literally, Francis, because this is the best thing that's happened in decades. Just when things were getting dull. The remnant's were the key to the mass hallucination. This whole time. Yes, and you nearly destroyed it. I... I need to go. This is huge, Francis. We have so much work to do. I know, I've already pulled every report on the mass hallucination event. Uh, driver, listen, you stay safe out there. We'll report back to you once we've gone through all of this data. There's a lot of it. And, 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 be careful. Op is not in a right mind, okay? So, uh, watch yourself. Okay. Das ist so interessant. Mal gucken, was da passieren wird mit den drei Leuten. Leuten. Okay. 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 Also, hier rechts abbiegen und dann fahren wir hier hin. Und dann fahren wir hier rüber, sammeln das ein, das. Und fahren wir hier unten hin, hier hin und dann gucken wir mal. So. Holy. 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 So, wir müssen hier einmal im Kreis fahren. Aber das können wir gut und gerne mitnehmen. Okay, damit haben wir Nummer 1 und Nummer 2. Kriegen wir ein bisschen Plasma und Glasscherben nonstop. Okay. Okay. 6.17 Uhr haben wir es. Laut dem Spiel. Wow, was ist das? Okay. Das sieht echt cool aus. Ey. Wollt das einfach weiter oder die? Bleibt das jetzt da liegen? Oh. Kann ich das hier? Ja. Ne. Äh. Und was macht das? Okay. Fernsehtag. Moment. Was ist das alles? Okay. Oh. 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 Schade. Ich dachte da passiert irgendwas lustiges. wieso. Oh. Es wird nichts interessant ist. wieso ist das Licht hier an? besten fahren wir hier hoch dann hier hin und dann hier unten hin okay fahren wir erst hier hinten hier sieht es ja nach viel aus hier ist nichts hier bisschen horror game ich hier schon wieder alles ok ich habe 100% ok nehmen wir erst mal mit so ha ha Okay, dann fahren wir da jetzt hoch. Und gucken einfach mal. Da hätten wir noch Benzin. Benzin sieht aber echt gut aus. Okay. Ich bin bin, walkin' Outback the other day, and I saw one of the spiky guys flying through the train. Really? Yeah. What do you think they found one? I think that's it. Oh, really? I think so. I don't know. I kind of feel like they're like... Okay. Was ist das? Ah, ein bisschen hier, wie heißt es gleich noch ein bisschen Stress entsteht da, wenn man auf diese Teile draufkloppt So Und hier müsste dann diese Funkstation sein oder was auch immer ich sehr da sehend war Abschlepfen, oh was ist das, achso Okay Oh, es regnet ein wenig Ein Benzinfass Ist das hier Okay Komischer Felsen Okay, dann war es das hier Okay Okay, ähm Full Summer Okay, das heißt wir müssen jetzt hier hin Und da können wir jetzt einfach mal eben hincruisen Weil das so nix Was ist das? Was passiert, wenn ich dem das zuwerfe? Also ich habe jetzt ein hilfreiches Häschen aufgesammelt Das ist das, was ich hier drinnen habe Entführer Okay Das ist also der Entführer Ich sollte eine Anomalie scannen Und die hieß so Also werde ich jetzt irgendein Bauteil besser äh, wieder aufbauen können So, was haben wir denn? Oh, nice Ja, das heißt Ja, das heißt also Wir können Äh Ein neues Rezept Freischalten Nur dadurch, dass wir den gescannt haben Leider hat das Helfende Händchen oder Häschen nichts gemacht Aber Da können wir ja später mal gucken Was man damit machen kann Was haben wir denn hier? Müllcontainer? Alte Schwede Wie viel das grad war Okay So Und jetzt geht's Mal sehen, ob wir Das Auto kaputt machen Weil wir hier runter fahren Oh Das Auto kaputt machen Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Äh. Mal bergab offroad. Oder ist das hier eher problematisch? Mh, Air-Level problematisch. Oh Gott, oh Gott, oh nein. Hahaha. Da fahr ich in welche Bäume um. Oh Gott. Okay, gleich sind wir da. Ja, also wir sind ohne Kratzer angekommen. Zwei Häuser. Hallo? Oh. Okay, eben Sachen wegbringen. Nice. So, dann das wegnehmen. Cool, Gameboy. So, weiter geht's. Okay, dass ich diesen blöden Teleporter andauernd benutze. So, und los geht's. Oh, ein Rohrpostsystem. Okay. Was kriegen wir hier? Anomalie-Studien, okay. Kann man da viel durchlesen. Okay. So, dann mal eben fix tanken. Ich glaub unser Benzinkanister war eigentlich noch voll, ja. Können wir das wieder zurückstellen. Oh, nett. Rucksack. Aufbewahrung in Station. Okay. Oh, cool. Ein riesen Fluff. Okay. Hello, hello, hello. Knisternder Nebel. Okay. Zapfsäule, Zapfsäule. Zum Anlegen in Verschönerungsmaschine. Okay. Auf, hier, auf, hier, auf, hier davon. Erich, auf, hier. Nehmen wir hier noch. Ein paar Glühbirnen. Ja, wir nehmen auf jeden Fall Glühbirnen mit. Zum einen ist hier wieder eine Station. Und... Gott, hat sich das gruselig angehört. Gott, oh Gott, oh Gott. Elektrik-Kit. Da kommen wir nicht rein. Schade. Oh. 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 Okay, hier unten soll das nächste sein. Da. Wie viele Ressourcen das Ganze bringt. Alter Schwede, ey. Okay, die kann man anscheinend nicht ablenken. Oh, oh. Da ist mein Auto. So, auf wie zum nächsten Anker. Mal gucken, wie diese Welt auseinanderbrechen wird. Vielleicht sollte ich mal auf Offroad Reifen gehen. So, ich will noch so einen Lim-Anker haben. Am liebsten sogar zwei. Deswegen fahre ich jetzt hier gerade durch die Wecken. Hilfe! 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 So... What's up? Das ist so. Joa, seid ihr dann wieder am Zocken zusammen? Aber mega nice auf jeden Fall. So. Ich hole mir jetzt hier den letzten Limm-Anker. Und jetzt muss ich schnell machen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich will erst mal hier ordentlich zur Straße. Hilfe. Kann man das eigentlich auch verkacken? Oh ja. Hilfe. Hilfe. Das Auto löst sich langsam auf. Boah, das war knabbisch. Alter. Aber wie du da drauf zufährst, das sieht so gut aus. Und wir haben es geschafft. Natürlich wieder vollverschrottetes Auto. Hi. I owe you an apology. I screwed up. I nearly got you killed. The things I used to calculate as easily as turning a screwdriver. They're foggy now. The numbers don't work themselves out like they used to. I haven't been myself for a long time. But I haven't needed to be. It's been me and this cursed place I created and nothing else for decades. But now, knowing that whatever caused the mass hallucination is still out there, I need to know what it is and why the remnants are connected to it. Francis was right about the remnant and the mass hallucinations paired signals. If we can get them together, maybe they'll cancel each other out and you'll be free. It's a shaky theory at best, but it's the only lead we've got for now. You can do nothing and twiddle your thumbs until that remnant drives you mad. Or, if you're willing to work with me, I'll give you the best chance to survive this thing. Think it through. Then fix up your car while you're doing it. You'll need to for whatever you decide from here. Oh. Oh, cut. Lenkrad. Nice. Okay. Aber ich hab die Mackenmaschine. Aber wie funktioniert diese Mackenmaschine? Scheinwerfer. Das werde ich jetzt mal im Internet nachgucken. Moment. Ich mach mal eben Musik an. So. Pacific Drive Mackenmaschine. Okay. Ah. 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 Ah, okay. Jetzt habe ich das Ganze verstanden. Also mein Auto kann eine Macke haben, aber eher Richtung, dass es sich komisch verhält. Also zum Beispiel ich lenke nach rechts. Okay, Scheinwerfer links. Okay, ich baue jetzt erstmal ein Reparatur-Kit. Oh, ich habe keine Chemikalien mehr. Okay. 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 Ball! Okay. 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 Das sagt eigentlich aus, dass das eine Macke hat. Aber da ist die Frage, was ist die Macke? Moment. Moment. Okay. 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 So. Und hier kommt jetzt ein ganz normaler Spind hin. So. So. Wo ist der? Da ist der Koffer. Okay. Okay, was gibt's denn hier noch? Okay, Plasmaschrotter. Okay. Okay, labile Energie brauche ich dafür. Okay. Okay, damit können wir Front- und Heckscherze erneuern. Das hier wäre auch noch eine Idee, dann machen wir zwei anständige Scheinwerfer. Okay. Wackelfrack-Anomalie. Was ist das? Was? Als ich hier war nicht um einen schlechten Impuls-Emitter. Und Leiterplatten. Nehmen wir die auch noch mit. Okay. Chemikalien. Diagnose. Antenne. Eine Leiterplatte. Probieren wir doch mal eben aus. Oh cool. Nice. Okay. Nice. Okay. Stoßstange aus Stahl. Und jetzt hier. Ah, wieder auf dem Dach oben drauf. Okay. Und run, run, run. So, was ist das hier für ein Upgrade? Alles, dadurch haben wir den vergrößert. Also. Das ist das. Das ist das hier für eine neue Überschelung. Auf dem Dach. So, das ist das für ein Spielセbode. Die Abwanderung. Ich würde mich mal bewegen. Dann geht's das. Nachschlag weiter. Okay, was brauchen wir denn noch, wenn wir jetzt hier rangehen? Metallschrott und Chemikalien. Noch eine Leiterplatte, wollen wir das mal einfach ausprobieren. Wieso ist Ersatzrad besser? Weil das die Herzchen hat wahrscheinlich. Hast du Hilfeset? Oh Mist, ich habe nur zwei. 0,2 sogar nur. Au, aber das kann ich eben... Okay, dann testen wir das mal aus. Nehmen wir die hier mit rüber. So. So. Und rein da. Und hier ersetzen. So. 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 Okay. Platte, Platte, Tür. Wenn wir die jetzt mitnehmen. Hier sind wir die So. Okay, die Stahltüren sind besser. Okay, dann nehmen wir uns das hier alles wieder mit. Bei Stahl ist dann doch schon besser. Was passiert eigentlich, wenn wir das hier reintun? Okay. 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 Das heißt, wenn ich zum Beispiel... Alle Teile automatis... Könnten die da drinnen repariert werden? Glaub ich. Okay. 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 Eben noch tanken. Okay. 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 Was ist das? Und was macht die? So. Was ist, wenn wir hier jetzt einmal reinfahren? Oh, die komplette Karre wird repariert. Nice. Cool, damit ist die komplette Karre repariert. Okay, das hat nicht geklappt, aber... Was kostet denn ein Update-Cat? Bauen wir das doch eben kurz. Okay, das bräuchte auch nochmal eine Abdichtigkeit. Okay. Aber dann laufen wir eben drüber, dahin. Gucken wir eben, was das hier ist. Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, God. Drifting Weltmeister. Oh. Okay, dann, was kriegen wir hier? Ah, Werkzeug. Das wäre nice, wenn man einfach einen Knopf hätte, womit man alles aufheben kann. Könnten wir eigentlich mal eben fix gucken, ob es eine Tastenbelegung ist. Gegenstand fallen lassen. X. Auto. Auto. Zustand wieder herrscht, dein V. Okay, Steuerung Inventar. Gehen schaffen, drehen. Ah, mit Air können wir drehen. Ah, mit Air können weinen. Ja, mit Air können wir nicht mehr schicken. Ja, bei Air können wir nicht mehr schicken. Leider gibt es keine Taste dafür. Okay. Ganz schöner Sturm hier. Okay. So. Okay, mitten durch die Wicken, damit wir da hinkommen. Okay. Ah, und wir können beide Klimmen mitnehmen. Oh, das Panzerfahrzeug. Das ist auch nochmal richtig gut. Dosenöffner. Okay. Okay. Können wir das hier mitnehmen? Oh ja. Oh, das dauert lange. Der Plasma-Color war doch da ein wenig besser. So. Oh. Oh. Oh Gott. Hoppala. Da können wir einmal noch gucken gehen. So. Hello there. Okay. Den hier. Den hier. Dann wollen wir da hinfahren. Okay. 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 Dann fahren wir jetzt darüber. Gucken wir uns den Turm an. Okay. Okay. Hier sind auch die Anker, die ich mitnehmen wollte. Dann passt das ja. Dann können wir hier noch ein bisschen Schrott mitnehmen. Okay. Links rechts. Okay. 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 Und ich bekomme ein D. Keine Fackeln. Andersrum wäre lustig gewesen. Krass. Okay. Krass. Das ist aber auch höllenlaut. Okay. Okay. Ich will die Anomalie da eben noch. Oh da. Da waren wir noch nicht glaube ich. Alter. Oh. Arbeitsmittel. Logbuch. Okay. Okay. Knisternebel haben wir schon. Okay. Nehmen wir den hier mit. Den Anker. Aber ich frage mich wie viel ich hier in Syrim habe. Das war eurem didn't mal mit. Das war eine neue Anker, die ich habe. Das ist so gut. Wenn ich geklemmet habe dafür. Ich bin, wenn ich schon gerade habe. Ich bin, wenn ich jetzt nicht hier wieder rein assez karmiert habe. Das war gerade so. Wenn ich zweifel. Ich glaube, dass ihr seid im Saal-Fakim sei. Und ich mache mich. Es ist so gut. Und weiter. Krass, dass hier einfach nichts passiert. Ich glaube, ich nehme nur zwei mit, weil ich weiß nicht, wie das in Siren ist. Nicht, dass ich da ankomme und das ist instant. Und instant ein Ausbruch, weil ich zu viel dabei habe. Das will man sich doch hier mal alles angucken. Und vor allem, warum wird das hier beleuchtet? Okay. 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 Okay, knack. Okay, haben wir hier noch mehr? Okay, schade. Aber was ist dieser Luftballon? Ah, okay, das ist da hin. Gucken wir hier eben noch rein. Und dann geht's ab nach dem Zerum. Chemikalien ist schon mal mega. Oh Gott. Damit haben wir das hier vollständig geplündert. Und wir können mit dem Auto rüberjumpen eigentlich. So. So. Und dann geht's. Nyaow. Nyaow. Habe ich hier aus Versehen den das Fahrzeug gekillt. Dadurch, dass ich mein Auto gerade ein wenig in unwegsames Gelände da hinten versenkt habe, will ich mal testen, was passiert, wenn wir hier durch die... Oh, steig ins Auto ein. Okay, dann müssen wir das hier eigentlich hier laden. Oh. Können wir das hier teleportieren? Okay, ich bin zu weit. Oh, guck mal, den Schrank können wir noch plönern. Okay, nice. Jetzt hätte ich auch mal vor, hier reingekommen. Oh ja, das war die Rückseite. Da steht mein Auto. Also holen wir uns das ist neu. Das ist neu. Ah. So kriegen wir das wieder. Auf, noch sie rum. Okay, auf, noch sie rum. Da sind wir eben gerade durch, oder vorhin durch diese Anomalie gejumpt. Und mal gucken, was da jetzt auf uns zukommt. Stadtzentrum, Feuchtwald. Da sind wir hier, wo wir sind, wo wir sind, und die Zome. Okay, ich soll so einen finden, ach der ist ganz am anderen Ende. Aber ich wollte jetzt einfach mal eben da hinten die ganzen Häuser plündern, weil das halt ein paar mehr sind und ich hab nen Platten. Da will ich jetzt hin. Okay, ich muss gleich was zum Abdichten bauen. Das geht jetzt sonst nicht weiter so. Okay, so hier parken wir. Irgendwas zum Abdichten, Abdichtkit. Okay. Das Ersatzrad und die Fensterscheibe. Okay, und den können wir hier nicht ablagern, aber hier. Hier ist nix. Auch hier ist ein Sprint, den können wir mitnehmen. Oh Gott. Zahnrad gegen Chemikalien, nee. Werkzeugkiste ist wichtig. Und hier kriegen wir Chemikalien, das ist sogar mehr als wichtig. Okay. Dann aufi da reini. Und Computer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaub, die Tour hier verlassen wir mit ordentlich Ressourcen. Das ist mega gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Richtig krass viele Ressourcen. Das ist richtig, richtig nice. Okay, langsam wird unser Inventar voll. Oh. Okay. Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich hoffe das. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Zahnrad gegen Fackeln. Zahnrad gegen Fackeln ist echt nicht gut. Oh, ein Mülleimer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Und dann geht es jetzt da noch rein. Es müsste Strahlung geben, jo. Aber vielleicht sind hier ja interessante Sachen drin. Klebeband. Und weiter geht's. Okay, nice. Damit haben wir das hier vollständig geplündert. Was zur Hölle ist das? Cool. Boah, ich kann nix mehr mitnehmen. Nice. Okay, da können wir eigentlich direkt zum Questziel fahren. Das war ein bisschen strange. Was ist das, was ich weiß, was ich weiß. Okay. Oh my god. Ops. Ähm. Oh oh. Okay. Wohin wollen wir? Was ist eigentlich da wieder rumfahren? Was ist eigentlich da wieder rumfahren? Das... Ich glaube, ich fahre die Strecke hier auf dem falschen Weg. Egal. Ups. Ich glaube, ich bräuchte noch mal so einen Reparaturshop wie in der ersten Map. Das wäre sehr hilfreich. Ich glaube, ich bräuchte noch mal. Da wollen wir einfach da reingehen. So. Okay. 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 řineurs, K 그� okay. So, wenn wir hier in Klappern, dann können wir den Quests gehen. Oh, oh. Oh Gott. Hast du den Berg hier runtergefallen? Oh, an die Mühe. Das hätte echt noch gefehlt. Okay, das ist einer dieser Turmer. Okay. Und dann können wir hier jetzt planen. Okay. Also sie sollen... Äh, die Stabilisationskarte scannen. Oh, was ist das denn? Zahnrad elektronisches Boot. Okay. Gucken wir gleich mal, wo denn diese besagte Tutor ist. Und jetzt soll ich die Reparatur-Kits. Reparatur-Kits. Das hat auch noch eine komische Macke oder was? Äh, ich habe den Scheibwerfer verloren. Oh. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir könnten mal eben tanken Untertitelung des ZDF, 2020 So, also müssen wir jetzt irgendwo da hinten hin, auf der Straße, okay Hoffentlich nicht drauf gehen Das ist das Wichtigste von allem Okay, hier lang Oops 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 Dann fahren wir einfach mal der Straße entlang Richtung Ziel Oh, da ist eine Tankstelle 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 는 Okay, das ist eine Tankstelle Okay, oh, nett Nun sind wir hier reingegangen Okay. Können wir jetzt auch noch den zweiten Scheinwerfer einbauen. Und schön entspannt auf der Straße dem Sonnenuntergang entgegenfahren. Okay. Okay. Okay, jetzt fahren wir, ja wir fahren richtig gut. Das ist ja schon mal das Mindeste. Auf, auf in die nächste Region. Okay. Okay, Ton weg. Game Crash? Nee, er hat nur gespeichert, okay. Oh, ich bin voll drüber. Aber Knotenpunktstabilität? Nice. Also, ich bin hier. Okay. 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 oh Ups Okay, wir wollen da zu dem Funkturm, ne? Alter Schwede Alter Schwede Nein, können wir doch immer gebrauchen Alter Schwede Alter Schwede Okay Wow, touchy Okay Okay Kann man hier querfält einfahren Wieso habe ich rechts schon wieder einen Klappen? Okay Okay Uh oh 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 Ja, wir wollen auch nach Atlantis reisen, ist klar. Ja, wir wollen nach Atlantis reisen. Okay. Ich kann mal eben noch ein Überbrückungstool bauen. Die will ich auch noch eben forschen. Oh oh. Kubala. Ab durch die Wildnis. Okay. Okay. Und weiter geht's. Oh, ist das fies. Okay. 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 Außer, dass ich gegen Baum gefahren bin. Aber man fliegt dann für einen kurzen Moment. Das ist, also diese ganzen Animalien, die es in diesem Spiel gibt, die sind mega geil. Und auch richtig gut umgesetzt. Ja, die passen irgendwie rein und das finde ich richtig cool. Okay. 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 Aber ich habe hier mal. Okay. So. Okay. Und? Okay. Okay. Einfach mal mitnehmen, ne? Okay, und den nächsten war eingeschaltet. Ich werde den DRIVER zu der Masch-Hallucination-Source selbst. Entschuldigung? Nein, nein, nein. Tobias hat diesen Remnant gefunden. Das ist seine Erinnerung. Sure. Und ich werde dir ein schönes Gift-Basget zu marken. Aber ich werde niemanden mit dem. To hell mit dem. Wir haben alles zu tun, oder wir verlieren diese Chance, und die Antworten zu der Masch-Hallucinationen sind immer wieder. Das ist nicht wie ein von deinen kleinen Sasquatch-Hunts. Ich werde dich nicht mit deinem Pseudo-Scienz nehmen. Das ist zu verdammt wichtig für mich. Es war nicht zu wichtig, wenn du nicht zu wichtig hast, wenn du nicht zu verabschiedet hast, und die DRIVER zu verabschiedet hast. Wollt ihr spielen das Spiel? Wollt ihr wirklich zu sprechen über unsere Track-Rekord? Screw Sie, Uppie. Ich würde lieber das Remnant auf den Boden gehen, als mit den beiden. Forget es. Oh krass. Wenn du willst, dein freieses Zeit zu verabschieden, zu verabschieden, zu verabschieden, und zu verabschieden, dann folgst du ihren Weg. Ich werde besser mit ihnen ohne sie. Trust me. Ich werde dich durch, egal was. Okay. Das hört sich echt nicht gut an. Also, irgendwie so eine Mischung aus Verschwörungstheorie, und irgendwas wird verheimlicht. So das Gefühl habe ich. Ganz, ganz komisch. Ich glaube, dass es einfacher hat, da eben hochzulaufen, als da jetzt mit dem Auto hinzufahren. So. Weil sonst müssen wir einmal komplett außen rum fahren, darauf habe ich keine Lust. Nur eben fix, den Turm zu hoch. Ja, Wahnsinn trifft es vielleicht auch ganz gut. Also habe ich zumindest den Eindruck, dass sie zum einen nicht die Wahrheit erzählt, was ihre richtigen Pläne sind, und ja, also irgendwie ein komisches Gefühl habe ich. Okay. 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 Okay, ich soll fast sein. Wir müssen in die Richtung. Oh Gott. Ja, ich gebe mir jetzt Mühe, schnell zu sein. Okay. Ich frage mich, wie viel Zeit ich dafür habe. Und die nehme ich lieber nicht mit, da habe ich nur Essen mitgebaut. Ich frage mich, wie viel Zeit ich dafür habe. Das war nicht geplant. Aber damit fahren wir jetzt. Oh Gott. Rüttwärts rein. Ich bin ja echt gespannt, was passiert, wenn wir rüttwärts in ein Portal fahren. Wir kommen vorwärts raus. Okay. Das ist ja relativ simpel. Nice work out there. The sector stabilizers are fully operational. You've got a straight shot toward the expansion wall. One more thing. You may want to consider auguring up a bit. Once you cross that wall, the midzone is another beast altogether. Ja, da. Ja, da. Okay, so. Dann können wir hier an die Lackiererei. Das ist anscheinend vielleicht so, dass ein Auto zur Vorsicht nicht trägt. Okay. Okay. Okay, was können wir denn? Okay, was ist eine Ausrüstungsmaschine? Ah, die kommt hier hin, okay. Ausrüstungsmaschine, zeig mir, was du bist. Oh. Oh, cool. Okay, also kann ich damit einfach dann. Sumpfkoralle, okay. Ah, und dann kann ich mich hier auch noch bei den Sachen aufrüsten. Oh. Der Rucksack ist echt größer geworden. Weiß. Okay. Das hat echt was gebracht, die Aufrüst. Faxgerät. Was bringt das Faxgerät? Okay, Moment. Sind das die Sachen hier? Nee, äh, hier drinnen? Okay, ich 거예요. Okay. Wir sind gut. Wir sind gut. Wir sind gut. Wir sind gut. Das sollte eigentlich gar nicht anfangen, die Tieflangen geschlossen werden. Okay. Und was können wir denn hier noch? Was macht das? Körperliche Ertüchtungsmaschine. Kommt da jetzt einfach nur ein Basketball-Corp dazu? Oh. 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 Also ich will den da schon irgendwie einmal reinkriegen Alter Das war schon wieder schade Was erwartest du denn Also Irgendwie Wow Nee Gibt es da Ein Achievement für Irgendwas mit Basketball Okay Okay es sind noch ein paar Versteckte Ich habe noch ein Ein Springen kann man aber Einzelne sauber und Sorgfältig heraustrennen Ich habe noch ein paar Ich habe noch ein paar Drei Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, Abnutzung kann nicht repariert werden Dann stellen wir einfach mal zwei Dings des Reifen her Und zwei Sommerreifen Oh mein Gott, ich brauch Gummi Oh mein Gott Ähm Ähm So, aber das Könnt man jetzt mal ernsthaft ausprobieren Ähm Was macht das hier? Thermosaftkristall Verdammt Dings 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 Okay. Kann ich jetzt noch einen Sommerreifen bauen? Glück gehabt. Okay. 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 Machen wir das mal alles dunkelblau. Oh. Ich habe das Auto vollständig dekoriert. Nice. Ja, nice. Glückwunsch zu dem ganzen Schimmel, den du hast. Haha. Und ähm. Ja, ich kenne viele Leute, die genau so ein Auto hatten. Und meistens auch in blau. Und irgendwie war das Auto aus Schweden. Also ganz oft zumindest. Ja. 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 So, was steht denn als nächstes an? Oh, wir müssen als nächstes werden. Wie, eins, zwei, drei. Oh, BMW? Äh, Mercedes, sorry. Was bedeutet denn E7? 55 PS, nice. 55 PS, nice. 55 PS, nice. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, das kenne ich Okay Dumpster out back I always seem to find just what I need in there Okay So, ähm Ich werde jetzt Feierabend machen Ich bin hart fertig Ich werde morgen dann aber denke ich mal relativ früh online kommen Und, ähm Ja, da dann ganz entspannt Spielen Und ein bisschen länger spielen als heute Ähm, aber ich bin Fix und fertig Ey, ich bin alt geworden Ne, waren sehr anstrengende Tage, muss ich dazu sagen, ja Aber dann auf jeden Fall einen schönen Abend Und gute Nacht nachher Und, ja, dann erhol dich gut Und dann bis morgen, würde ich sagen Also, danke fürs dabei sein Und schönen Abend noch Ciao und auf Wiedersehen Ne, äh Da hatte ich das Gefühl Da konnte ich Früher bedeutend länger Sowas durchziehen Also, dann mal so Drei Wochen hintereinander Solche Sachen Und dann zwei Tage Also, da wäre ich heute schon wieder unterwegs gewesen Anstatt Zuhause zu chillen Und jetzt mich aufs Bett zu freuen Genau Also Dann schlaf nachher gut Und dann bis morgen Ciao